Die Abenteurer-Gilde Die Abenteurer-Gilde Die Abenteurer-Gilde Die Abenteurer-Gilde Das Fesna-Hochland Die Händler wurden überfallen. Verstanden. Wir teilen uns auf und suchen sie. Die Abenteurer-Gilde Die Abenteurer-Gilde Die Abenteurer-Gilde Oh, 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 oh. Isakai-san! Ta! Ich werde dir nie verzeihen. Wegen dir bin ich so geworden. Ich verfluche dich für immer. Warum? Warum hast du uns zurückgelassen? Bedeuten wir dir denn gar nichts? Bedeuten wir uns zurück. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja! Ein Abend. Sieh dir diese Abenteurer an. Wie konnten sie diese armen Flüchtlinge nur beleidigen? Ich habe einen Cousin, Rania. Ich werde den Brüder durch den 민gan. Die Kuracite aus dem Schrauben. Sieh, Sieh. Sieh, Sieh. Sieh, Sieh. Sieh, Sieh. Sieh, Sieh. Sieh, Sieh. Geh! Ah! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das war's für heute. Jaaaahhh! Das war's für heute. 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 Ja! 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 Es werden mehr Geister kommen. Geister kommen. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Hilf mir doch jemand! Danke, dass du mich gerettet hast. Was ist das? Das war's für heute. Das war's. Käpt'n. Tarnark. Wir treffen uns wieder. Ja, Tarnark war mein Gehilfe. Vor hundert Jahren kämpften meine Ritter in diesem Hochland gegen den Nekromanten Sigmund. Ja, Tarnark. 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 Ja. Ja, Tarnark. Ja, Tarnark. Ja. 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 Du bist Abenteurer! Kannst du mir helfen? Du bist Abenteurer! Kannst du mir helfen? Viel Glück beim Suchen! Du schlägst dich, Groot! Du schlägst dich, Groot! Du schlägst dich, Groot! Du findest mich hinterm Wasserfall am Fuß der Klippe! Ich warte dort auf dich! Ich bin Hohkantroba, ein leitender Magiegelehrter von Wärm! Du hast Ternat getroffen? Du schlägst dich, Groot! Du schlägst dich, Groot! Du schlägst dich! Das war's für heute. Achtung! Geh! Das war's für heute. Hervorragend! Die Nekromanten-Energie in der Luft wirkt schwächer! Hervorragend! Die Nekromanten-Energie in der Luft wirkt schwächer! Hervorragend! Die Nekromanten-Energie in der Luft wirkt schwächer! Der Kommandant ist auf dem Weg zum Schwertergrab! Ich muss mich beeilen! Angehörige! Ich besiegte alle Nekromanten, die ich im Hochland fand. Nichts hat sich geändert. Geht! Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Das war's für heute. Endlich. Ich bin... 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 Warte! Ich möchte dich um einen Gefallen bitten. Ich bin... 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 Ich... Ich bin... 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 Komm mit! Sind es schon 100 Jahre? Für mich ist alles so klar, als wäre es gestern gewesen. Die Schreie der Soldaten, das Gebrüll der Dämonenbestie. Trotz der hoffnungslosen Lage vertraute mir Navigal und kämpfte bis zum Schluss. Ich kann ihm nicht mal im Tod Frieden gewähren. Ich kann ihm nicht mehr auswählen. Ich kann ihm nicht mehr auswählen. Das war's für heute. Yip! Na, wehgal! Pass auf! Beweise, dass du von Echt gelassen bist! 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 Bist du es! Sertar, welch bittersüßes Wiedersehen! Anscheinend kann mein Wille die böse Energie nicht überwinden! Der Drahtier hinter all dem, Sigmund, befindet sich im Balanka-Gebirge! Wir haben in unseren alten Leben wohl noch ein paar Rechnungen offen! Ich weiß! Dieses Mal werden wir es zu Ende bringen! Ich wünschte, ich könnte euch bei diesem Abenteuer begleiten, Sertar! Na, wehgal! Ich bereue nichts! Es war eine Ehre, an eurer Seite gekämpft zu haben! Also dann, auf zum Balanka-Gebirge! Tarnark! Warum verschwinde ich nicht? Das war eine Ehre, an der Echt gelassen ist! Das war eine Ehre, an der Echt gelassen ist! Das war eine Ehre, an der Echt gelassen ist! Das war eine Erre, an der Echt gelassen! W Raum! Grünschnabel, du hast dich mit den Geistern angelegt. Wer hätte gedacht, dass unser Grünschnabel mal ein großer Veteran sein würde? Endlich reisen wir nach Balancar. Es gibt da etwas, über das ich mit dir reden muss. UNTERTITELUNG Kann ich das für eine Gildenmarke haben? Wirst du es verkaufen? Auf keinen Fall. Ich bin fast gestorben. Es ist wirklich kein Wunder, dass alle über dich reden. Du hast all diese Marken gesammelt. Und das in so kurzer Zeit. Hast du diese Person gesehen? Den Ball hat einen Geraden. Das ist ein Geraden. Das ist echt ein Geraden. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Die Pferdediebe sind nicht zimperlich. Die Pferdediebe sind nicht zimperlich. Die Pferdediebe sind nicht zimperlich. Die Pferdediebe sind nicht zimperlich.